also ich habe ja auch ein lkw gefunden mit einer url dieses landes also land bin mittlerweile doch zu 99,9 prozent sicher ja also bei einem land glaube ich auch dass wir da auf dem guten weg sind ist er noch nicht so weit das ist nicht schlimm das das sieht doch schon mal überhaupt nicht schlecht aus das bestätigt ja meine erste vermutung ja wunder wunder wunderbar ja richtig richtig und jetzt sehe ich auch endlich diese fahne ja ist doch klar ihr habt doch gesagt das ist eine eine inna sie wissen schon eine regionale flagge dann lass mal gucken muss doch irgendwie möglich sein was zu finden kann ich mal ein bisschen näher da dran ich möchte nicht so weit vom 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 punkt weg kannst du ja zurücksetzen ja ja nee das das da bin ich gerade auch wieder ich bin ja jetzt jetzt geht es nämlich schon wieder ans fein tuning weißt du so weit bist du schon ja das gefällt mir gar nicht ja ich weiß aber das ist halt sehr schlecht aufgelöst aber ich gebe dir noch ein tipp hier ist ein cala girotto barcelo ja also italiener der hier ein handwerker betrieb hat vielleicht hilft dir das aber nett von dir ja es hilft mir auf jeden fall deswegen sieht der ort auch so aus wie er aussieht richtig weil italiener haben eine ganz hervorragende baukunst ja auf jeden fall aber sieht man ja also das problem ist wenn du einmal raus willst aus dem ort ne da kommt kilometerweise nicht das ist nicht schlimm weißt du was mich eher interessieren würde wären so was wie straßenstelle ich habe zwar eins gesehen aber das kann ich nicht da komme ich nicht dran weil das google maps fahrzeug ist hier wirklich durchgerast glaube ich damit es nicht geklaut wird und du kommst echt nicht in jede straße rein also das ist echt schon verzwickt hier so ein bisschen ja nee der ist hier abgebogen und dann hat er gesagt komm den rest interessiert eh keiner ich bin mit der stadt noch ein bisschen bisschen dran ja das ist lass dir zeit wir sind ja wir wollen ja hier nicht auf hektik machen du weißt ja wir ziehen das let's play immer in endlose längen dann haben die zuschauer auch was davon ich bin mir auch sicher mittlerweile wie der ortsname ist wie ist er denn schwelm weißt du doch heute erst so kleine ist dann sieht man hier nicht auf der übersicht zu mir die stadt an sich ist doch nicht klein nein das ist riesig das ist möchte ich sagen größer als eine hauptstadt hier steht was von a06 ist das wohl die autobahn ja genau ja es ist die autobahn könnte das hier die hauptstraße sein die frage ist ja welche frage haben sie ja ist mehr so ein interner weißt du so ich frage mich selber aus lauter verzweiflung wo könnte ich hier sein das blöde ist ja dass so markante sachen wie zum beispiel tankstellen jetzt auch nicht so den großen namen haben wo man sagen kann hier steht texaco oder so dran sondern das sind ja alles tankstellen die kennt kein mensch also jedenfalls keiner der nicht in dieser stadt wohnt jetzt holz aber schon ein bisschen rum oder ja muss ich auch sagen dieses gewimmer ist ja ohne dreck ja ich weiß ja ich habe ja nicht umsonst eine tasse wo nölpferd draufsteht ja ist das diese tankstelle könnte das sein ne ich glaube da musst du noch mal schauen da musst du noch mal schauen die sieht auch das ist verpackt aus aber ich habe ich habe keinen namen hier wird aber ein trecker betankt dann bin ich richtig hier steht ja das glaube ich auch aber ich wollte nur helfen ich bin ja nicht schnippig du könnte die das sein ja ich glaube es war kein autobahn name also an 06 ist autobahn 06 die autobahn 06 habe ich schon gefunden aber der ort namen taucht nicht auf dann bist du falsch so wenn ich sage das ist die hauptstraße passt das gebäude nee das hilft mir nicht hier gibt es coca cola dann sind wir in der zivilisation ich komme aber nicht näher dran warum finde ich denn auch keine straße also ich frage mich ehrlich wie schaffen dies zu überleben die haben keine straßennamen die haben noch untereinander das kann aber auch die straße nicht sein weil die scheint ja eine einbahnstraße zu sein aber hier ist doch es ist eine einbahnstraße ich glaube hier musste das google fahrzeug langsam fahren weil die ganze zeit lkws davor sind hier komme ich noch millimeterweise voran irgendwie ist nicht so einfach tja das kennzeichen sagt mir auch nichts wie groß ist denn die stadt über eine also die ist ja nicht so groß ne also wenn wir jetzt mal davon ausgehen wir sind auf der wo wir sind ne da ist die ja nicht so groß aber hier sind doch die einzigen nennenswerten geschäfte oder kann ich noch in so einer nebenstraße sein also überall geschäfte ich habe gerade ein kaisers gefunden wollte ich nur sagen ja ja ich bin nämlich auch ziemlich überlegen ob das hier nicht doch handhofer ist ja richtig genau also wenn es sich um dieses land handelt in dem wir drei uns sehr wahrscheinlich bewegen werden dann gehört diese stadt auf jeden fall nicht zu den größten städten des landes auf keinen fall erzähl keinen scheiß das kann nicht sein die habe ich auf anhieb gefunden das kann nur eine große sein also insofern du bist halt im falschen land das land ist schon absolut richtig absolut richtig boah wie hier die ganze seite lkw vor mir ist wie in deutschland das ist doch feuch das ist doch feuch ich glaube aber auch dass viele von den besitzern dieser läden ihren auch gar nicht bei google maps eingetragen haben das ist natürlich ziemlich fahrlässig möchte ich sagen finde ich nicht in ordnung dann würde ich denen ja mal den hinweis geben ja ich glaube wir fahren da mal hin ich habe den lkw endlich überholt du sollst ja nicht persönlich hinfahren wie soll man denn jemals diese stadt finden wie soll denn das gehen die stadt ist sogar nicht existent auf der ja vor allem selbst wenn du den stadtnamen findest also ich glaube ja ich kenne ihn ja aber die ist einfach zu klein die findest du doch auf der auf der ganzen map nicht also da kannst du ja nur mutmaßen und mutmaßen tun wir nicht das macht nur die fussel ich habe es aber auch durch echt gutes glück gefunden warst du in die stadt ja ist nicht schön ich habe nämlich die weltkarte auswendig gelernt und habe mich daran erinnert dass ich hier mal mich gewundert habe ich bin mir ganz sicher wo ich bin da hast du dich mal gewundert ja das klingt ja auch nachvollziehbar hier gibt es nämlich auch ein bezirksgericht wie ich gerade auf der karte feststelle ja da kennst du dich natürlich aus da bin ich zu hause du weißt ja dass ich massiv mit der staatsanwaltschaft immer in kontakt stehe das blöde ist ich finde diese tankstelle nicht blöde ist ich finde die stadt nicht ach das ist nicht so wichtig die tankstelle ist wichtiger dann weiß ich nämlich wo ich bin das kann doch nicht sein hier sind nur so wenig tankstellen drin also da bin ich echt ein bisschen hier dingens wie immer überfragt nicht wie immer aber so ein bisschen ich meine das schlimme ist ja ich verlasse mich ja jetzt darauf dass ich an der bank den namen gefunden habe von dieser stadt ne ja ja natürlich kann natürlich auch sein dass die bank überregional ist und die stadt noch kleiner wobei das meine ich das meine ich wobei weiß ich nicht also hier steht es auch dran ne hier steht auch dran die stadt aber wo könnte zum beispiel dieses dieses animal ding sein und der ist auch eingetragen die haben noch ein relativ modernes ähm aber wo könnte das sein hier ich suche immer noch die stadt auf der karte ganz sicher lebensmittelhändler pizzeria hat das hier ne kfz wartung aber auch der laden scheint nicht eingetragen zu sein jedenfalls wird er nicht angezeigt oder ich muss noch näher ran aber noch näher ran ist ja kacke und sehe ich ja gar nichts mehr war das coca cola de cao ja 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 ich kann mich daran erinnern dann wären wir ja irgendwo hier in dem bereich ne aber da müsste der lebens ne das kann nicht sein das kann nicht sein wobei das sollte ich mal im auge behalten ja hier die muss man doch finden ah gut die ist abgerissen das ist natürlich die frage aber die sieht doch aus als wenn die neu gebaut würde oder aber ich habe hier doch keine gefunden irgendwie habe ich jetzt gerade sorge dass ich doch wieder in der falschen stadt bin hm hm das bist du auch habe ich doch gesagt aber du hörst ja nie zu weil du wirst immer deinen Willen durchdrücken was sagst du die Meinungen der anderen sind dir vollkommen egal hm was ja ja richtig richtig ich habe einen Nachtclub gefunden ich bin dann mal raus ne ciao tschüss bis morgen komisch also ich vor allem weil ich hier einen wirklich bekannten Markennamen gefunden habe den es auch mal in Deutschland gab ja mittlerweile gibt es doch nicht mal den Nachfolger mehr in Deutschland äh ne aus Reiter wurde Twix sonst ändert sich nichts ne ja richtig kenn ich hatte ich auch mal im Mund ja du steckst alles in den Mund ne was irgendwie ein bisschen rund und dick ist was ich finden kann ja natürlich warum denn nicht hauptsache ein bisschen weich immer rein damit immer rein wobei ehrlich gesagt finde ich also ich möchte hier nicht leben ne muss ich ehrlich sagen ich bin schon wieder von dieser Gegend ein bisschen getriggert und sag mir ja das ist nicht schön äh weißt du noch bei welcher Map äh wir das hatten das war glaube ich eher auf äh in einer Stadt im gleichen Land ne das glaube ich nicht doch doch nein nein es war auf jeden Fall auf der Piezmietkarte da bin ich mir sicher ja ja und da war ich glaube die letzte Map also ich habe den Ortseingangspfosten gefunden den Ortseingangspfosten genau der musste sein ja ich weiß ich weiß so das soll eine Hauptstraße sein und das ist eine Dreier und geht denn hier noch also ich finde hier keinen Ortsausgang und auch keinen Ortseingang um ehrlich zu sein da musst du vielleicht einfach mal geradeaus gehen ne bleib bleib wo du bist das ist schon in Ordnung so ich gehe jetzt mal wieder zurück an den Startpunkt und setze jetzt mal meinen Guess her ja einfach irgendwo hin wo bin ich genau wieso willst du schon Schluss machen oder was das sieht aus wie ein Kreisverkehr mit durchgehender doch das ist der doch aber wo geht denn die Straße ab hä ich will euch ja nicht unter Druck setzen ne das machst du auch nicht ne eben war nicht hier irgendwo aber aber jetzt mal ehrlich das kann doch nur oder doch das kann nur hier sein aber sag mal sind die Fotos und die Karten immer gleich oder sind die Karten ganz aktuell das sagst du immer wenn du aufgeschmissen bist ja weil ich habe hier etwas gefunden wo ich sage das muss es sein ja aber die Karte sieht ganz anders aus also entweder bin ich total falsch was meine Vermutung ist ja ja aber da hören wir ja nicht drauf richtig richtig schade eigentlich weil du wärst schon längst am Ziel damit ja ich aber auch weißt du wo es gerade ganz ruhig ist beim Drechsel ja der ich bin sehr konzentriert ja das merkt man das merkt die Karten ja ja die